Mein Name ist Celine Spendorf, ich bin 22 Jahre alt und studiere Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Neu-Ulm. Derzeit absolviere ich mein Praxissemester im Bereich Personal bei der Kerstbauer Geländefahrzeug AG. Also ich war zuständig für die Erstellung des Weiterbildungskatalogs für das Geschäftsjahr 2019-2020. Ich habe ebenso das Bewerbetraining an der Friedrich-Adler-Schule in Laubheim durchgeführt und nebenbei ist man dann noch zuständig für die Zeiterfassung, für das Anlegen von neuen Mitarbeitern, Bewerbermanagement und zum Beispiel das Fehlerprotokoll. Sehr gut an meiner Arbeit, dass ich eben sehr selbstständig arbeiten kann, dass wir ein sehr gutes Arbeitsklima innerhalb der Firma sowie auch der Abteilung haben und dass die eigenen Ideen eben auch eingebracht werden.